So, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ich habe hier den wunderbaren 6er-Fächerkarton schon mal aufgemacht. Ah, sehr löblich, da kommt auch ein Zettel zum Vorschein. So, hier kommt ein Pilzexport-Paket für Netto-Chef. Wer ist denn Netto-Chef? Ich bin nicht der Netto-Chef. Ja, okay. Soll ich das weiterleiten an Sven? Nee. Nee? Marco! An Marco soll ich das weiterleiten? Na, ich weiß nicht. Ich gucke erst mal, was hier drin ist. So, dann geht das los. Hier kommt der erste Fächer. Und das ist ein neuer Testobel. Das Lübzer Export, das Lübzer Pilz hatten wir schon. Das Export bin ich mir nicht sicher. Ja, das könnte also wirklich ein schöner neuer Testobel sein. Das schöne Lübzer Export. So, weiter geht es hier. Ah, hier kommt etwas Bekanntes zum Vorschein. Das wunderbare, unvergleichbare Meisterfels Export. Ja, kein neuer Testobel, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Testobel. Weiter geht's. Nächster Fächer. Nächster Hobel. Und was haben wir hier? Das Meisterfels Pilsener. Ja, sehr schön. Dann haben wir das nochmal im Vergleich. Das Meisterfels Export und das Pilz. Ah, können wir nochmal gucken, wie sich das so im direkten Geschmacksvergleich verhält. So, und hier haben wir nochmal ein wunderbares Meisterfels Export. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das habe ich mir ja gewünscht, dass man das auch nochmal des Öfteren testen kann. So, hier kommt nochmal ein fantastisches Meisterfels Export. Äh, Meisterfels Pilz, Entschuldigung. So, dann können wir das also auch doppelt testen. So, dann sind wir jetzt hier schon beim letzten Hobel angelangt. Und da kommt nochmal ein wunderbares Meisterfels Export. So, das und das und das geht schon mal gleich in TK. Ja, so, jo, das Paket ist alle. Sehr schönes Paket. Moment, nee, ist noch nicht alle. Hier kommt noch was. Hier kommt noch was. Das hätte ich fast übersehen. Mal gucken, okay. Das ist Verpackung. Aber das hier hätte ich fast übersehen. Hier ist noch was. Und zwar haben wir hier ein schmales Paketchen. So. Mal gucken, was da drin ist. Oh, sehr schön. Dunkle Schokolade mit 60% Kakaoanteil. Das esse ich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das mag ich. Ja, du magst das auch, ne? So, sehr schönes Paket hier. Mhm. Zack, einmal in die Totale gehen. Meisterfels Export. Das Lübzer Export. Dann nochmal Meisterfels Export. Und zweimal Meisterfels Pilz. Und die leckere Schokolade. Das ist für mich. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Paket. Vielen Dank dafür. Danke. 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 Danke.